Das nächste Level. Und die alt kackt gerade. Hat die Pipi in der Pfanne. Da los. Was ist denn das? Sehr merkwürdig. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Oder halt. Halt. Sind das die Kacheln? Das sind die Kacheln. Das sind die hellen Stellen von den Kacheln. Alles nochmal gut, Leute. Alles nochmal. Oh, ich kann nicht rein. Schade. Schau an das Anufbund, Leute. Es ist Dave von Miami Pest Control. Wir brauchen dich. Ein Klient ist mit Wormenproblemen. Try to handle it as quick as weh as you can. Someone else will clean up your... Oh, gut. Ich habe sogar eine Putzfrau danach. Immiziös. Hello, hello. Okay, gut. Meine Haare. Full house. Okay. Okay, Achtung. Ich hebs auf und schlage hinter mir tot. Ich bin... Oh. I'm a skill. Ich muss auf diese blöden Scheiben aufpassen. Die habe ich schon so auf das Leben gekostet. Mein Leben, Mann. Okay. Hallo, Wundi. Right away, I'm gonna kill you like your... Penis. Oh Gott, das war so knapp. Fuck. Hm. Ja. Tja, dafür müssen seine Kollegen drunter leiden. Oh, oh. So. I'm a silent killer like a... Mosquito. Obwohl, ne, die hört man eigentlich. Okay. Ich denke, ich muss den da unten wieder abknallen, weil ich sehe... Ich sehe... Is this a grenade? What's to me? Boah! Flasche einfach, oder was? Gooooh. Oh, oh, oh. Please, don't kill me, please. I don't want to die. Also. Cheers. Ich habe doch noch Don Juan an, oder? Ja. Die können beide nur schlagen. Okay. Oh, die war leer. Wie ungeschickt. Aha, aha. Okay. Ich nehme wieder den Brech... Öh, nein. Keine Flasche. I wanna have a Braxting. Wie die Amerikaner sagen, with a Braxting. Ne, das ist ganz klar. Das ist englisch natürlich. Okay, also. Was ist denn jetzt der weitere Weg? Hier, der weitere Verlauf dieser Karte. Oh. Da hockt einer und pisst gerade. Na, bam. Wapam, wapam. Oh, Gott, bin ich gut, Lan. Ha! Hör mich auf. Oh. Das ist so viel, duißt? Das ist so viel. Ich kann nicht, ich kann nicht die Situation halten. Ich weiß, ich werde das machen. Das ist ein Hammer. Oh, der füllt der Hammer, Lan. Hallo. Oh, nein. Oh, Gott, was das klappt? Zum Glück habe ich zufällig eine Waffe aufgehoben, ey. Das war jetzt echt krass. Oh, hier. Ah, viel gut. Vielleicht habe ich es noch bis zu diesem Mittel... Ach, wo geht es denn da lang? Da oben. Zu diesem Mittelendgegner. Äh, Zwischengegner. Der Motorrad-Spacke, oder so habe ich ihn getauft. Ich komme rein, gehe rein. Heide rein. Komm nicht in sein Auto rein, oder? Fette Buck. Pum, patum, pum, pum, ma.